So, ein kleiner Bahnhofsüberblick. Also wie gesagt, der Gläs 2 und Gläs 2 gibt es. Es hat Gläs 7 aktuell in der Baustelle. Wir kriegen von Gläs 7 aktuell keine Züge fahren. Es sind nur von Gläs 5, 8 und 9. So wie von Gläs 1 und 2. Die Züge. Die 294.5 ist ja noch da. Und die SW AM 843 ist auch im Einsatz. Die Wetteiflade. Die 4.5 sind 8 Post. Und die Wetteiflade im Einsatz beten. Die Wetteiflade. Die Wetteiflade. die reinkante ist dem fast gleich das hier ist dieser rundbogen ist neu aber sonst ist alles gleich ich habe hier kommt den Zug